Diese Hauseinfahrtspassage hat jahrzehntelang keine Reinigung gesehen und so war es meine Aufgabe, das Ganze zu erledigen. Als erstes wurde ein umweltverträglicher Steinreiniger aufgetragen, der durfte dann erstmal ordnungsgemäß einziehen und dann wurde mit der Flächenfräse natürlich jeder Stein abgearbeitet. Lokal wurde dann mit der Powerdüse nachgearbeitet und alles wieder hübsch gemacht. Ich sehe die Internetkommentare schon, dass der Stein jetzt unglaublich aufgeraut wird und es nächstes Jahr schlimmer aussieht als je zuvor. Aber hier gilt es mal den Atem anzuhalten wie beim Tauchen, denn wir haben hier einen sehr, sehr rauen Stein. Da wird nicht mehr viel aufgeraut, der ist nämlich schon rau. Generell bei jedem Thema tauchen die Internet-Experten aus den Löchern auf und sind natürlich Konnisseure aller Künste und verstehen sich auf jedes Thema im Expertenstatus, Stichwort Dunning-Kruger-Effekt. Währenddessen wurde hier schon mal jede Fuge wieder mit Sand gefüllt und der wird sich noch ein bisschen setzen und es sieht wieder klasse aus.